Als Kind saß ich oft vor diesem Bild und suchte nach dem, was als nächstes verschwand. Damals wusste ich noch nicht, dass die Frau auf dem Bild meine Mutter ist. Bis sie eines Tages plötzlich ins Koma fiel. Während meine Mutter zwischen Leben und Tod schwebte, fiel mein Vater an, von einem Bus zu träumen, mit dem sie wieder zusammen verreisen könnten. Wenn ich treu, dann bin ich oft so, kann ich laufen und schwimmen. Ich lasse gerne raus, aber vor allem so gut, so sicherlich. Eben, ich bin erschüttert. Es klingt doch so einfach, einfach in ein Heim abgeben. Klingt doch so einfach. Ich kann es mir nicht vorstellen. Denkst du darüber nach, wie es wäre, wenn sie gesund wäre, was es dir denn für ein Leben hat? Ich weiss es doch nicht. Vielleicht wäre es auch davon gelaufen. Es hätte können. Das ist geil. Es ist immer im Parkverbot, wo wir es drücken. Meistens. Das müssen wir schon ein bisschen ausnutzen. Das ist das Privileg, das man hat als Körper. Hallo.